Ein wichtiges politisches Anliegen der Terrorgruppe ist, dass z.B. alle Zivilpolizisten Clowns Nasen tragen müssen. Wir werden nur bezahlt für eine Zugabe und dass jetzt was funktioniert. Zeigt uns eure Finger, wie sind eure Feindbilder? Hasst uns! Euer Hass macht uns stark! Wir ziehen uns zurück, werden jetzt Kinderwahnsinn kriegen. Dreimal im Jahr nach Mallorca fliegen. Die Bausparverträge sind schon ratifiziert. Der BMW geliest und die Haare glatt frisiert. Die Strohngitarren hängen längst verstaubt an der Wand. Und auch wir sind letztendlich Deutschland. Wenn der Nachbar zu laut unsere alten Lieder hört und wir die Polizei, weil das unsere Ruhe stört. Hallo ihr da draußen, hört mal her! Uns gibt's nicht mehr! Uns gibt's nicht mehr! Hallo ihr da draußen, hört mal her! Uns gibt's nicht mehr! Uns gibt's nicht mehr! Wir sind jetzt dicke, deutsche Schnauzbahnextremisten. Denn die Gesellschaft ist schuld, hat uns überlistet. Wir fahren mit Blaulicht ins Bordel. Doch erstmal über den Benzinpreismall und die Autos waschen. Uns hilft wirklich keiner mehr! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Hallo ihr da draußen, hört mal her! Uns gibt's nicht mehr! Uns gibt's nicht mehr! Hallo ihr da draußen, hört mal her! Uns gibt's nicht mehr! Uns gibt's nicht mehr! Do you want to say something to the public today? Yeah, of course. Hello, Italian kids, eat your parents.